Kalimera-Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir haben wieder aktuelle News für euch und in diesem Bericht geht es um die Heizölpreise hier auf Kreta. Also welche Preise bezahlt man, die teuersten und die niedrigsten Preise. Es gibt mittlerweile eine Liste und diese Liste wurde veröffentlicht am 19. Oktober von Hanya News. Und den Bericht von Hanya News gebe ich euch unten in die Videobeschreibung. Darin habt ihr auch für die verschiedenen Präfekturen und Gemeinden die verschiedenen Heizölpreise. Warum sind die Heizölpreise verschieden? Und zwar es gibt in diesem Bericht einen Durchschnitt für Gesamtgriechenland. Und der Durchschnitt für Gesamtgriechenland ist auf 1,19 Euro betitelt. Wobei das billigste 1,16 Euro und das teuerste mit 1,39 Euro hier angegeben wird. Es kommt natürlich darauf an, wo in Griechenland ihr zu Hause seid. Die verschiedenen Präfekturen haben natürlich auch verschiedene Preise. Auch hier auf Kreta gibt es verschiedene Preise. Und ja, ich gebe euch dann noch ungefähr einen Einblick, wie diese Preise zustande gekommen sind. Hier auf Kreta ist der billigste Preis 1,19 Euro und der teuerste 1,27 Euro. Also wie gesagt, in diesem Bericht gibt es für jede Gemeinde bzw. für die Präfekturen die einzelnen Preise für das Heizöl für die kommende Saison. Und der Energieminister hat natürlich auch erklärt, das ist jetzt wieder so im Unterton, dass es gibt natürlich auch Zuschüsse für Heizöl. Nur der Energieminister hat natürlich sehr stark betont, dass es mehr Zuschüsse gibt für Heizen mit Öl oder Heizen mit Biomasse. Also man möchte auch in Griechenland auf jeden Fall das Heizöl mehr oder weniger abschaffen. Und darum betont man immer mehr diese alternativen Heizmöglichkeiten. Wir heizen natürlich auch seit 2019 mit Strom. Wir haben auch einige Jahre Zuschüsse bekommen. Seit heuer sind diese Zuschüsse weggefallen. Bleibt jetzt nur zu hoffen, wie es in der Heizperiode heuer, also 2024, 2025 hier weitergeht. Ja und natürlich die Berechnung. Es werden natürlich die Einkommen der Bürger bzw. Einzelpersonen, verheiratete Familien usw. herangezogen. Aber auch wird natürlich auch die Immobilie, der Wert der Immobilie bei dieser Berechnung herangezogen. Also es ist ziemlich kompliziert, wenn man sich den Bericht durchliest. Aber wie gesagt, das Vorrangige ist, dass man auf jeden Fall vom Heizöl über kurz oder lang wegkommt. Und ja, diese alternativen Methoden, das müsste man sich jetzt konkret einmal selbst durchrechnen, was jetzt günstiger ist. Biomasse oder mit Strom heizen. Generell, die ganze Situation punkto Strom geht ja sowieso in eine Richtung der grünen Energie. Und ja, da gibt es auch noch sehr, sehr viele Berichte, die man hier über oder von Greta berichten könnte. Aber das natürlich in einem anderen Video. Also Freunde, wie gesagt, die Preise hier auf Greta für Heizöl für die kommende Wintersaison, gebe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich sage wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.